Okay, hier komme ich auch nicht durch, Hilfe, Hilfe, deswegen wir brauchen unbedingt die Platten, ja, aber dafür brauchen wir viel Biomasse, ich weiß nicht, ich muss mich gleich noch mal, ich muss gleich noch mal schauen wegen dem Dings, vielleicht mache ich auch hier noch mal, achso, die habe ich jetzt gar nicht erst da reingeschmissen, achso, das ist natürlich gut, so, zack, die kommen auch da rein, dann einmal hier, können wir schon mal verbinden und die können wir auch direkt noch mal verbessern, sehr schön, das freut mich, hau noch mal rein, gut, sehr schön, haben wir das auch, das freut mich, dann können wir die Sachen, die wir jetzt noch im Inventar haben, erstmal wieder rein sortieren, schnell sortieren, so, zack, zack, hier nochmal, das Lösungsmittel kann ich mal so mit reinschmeißen, ja, wir brauchen unbedingt was zu essen, ich gehe glaube ich jetzt mal fischen, obwohl, warte mal, ähm, nee, wir haben noch viel Biomasse, ei, 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 ich will mal kurz schauen, was für denn noch so gebackene Pilze können wir, ah, wir müssen erstmal hier wieder den richtigen Speicher auswählen. Der richtige Speicher wäre der hier. Und nochmal gebackene Pilze. Steak haben wir nicht mehr. Also hier Fischfilet. Guck mal, Fischsteak könnten wir machen. Weiß nicht, ob das sich so lohnt. Keks. Zweimal Mond, einmal Bohne. Gut, machen wir mal ein paar Kekse. Komm. So, ich mach mal sechs Kekse. Äh, Naftersalat. Nee, 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 nee. Ich mach glaube ich da nochmal Wollte ich denn jetzt die Pilze reingeschmissen? Achso. Ah. Okay. Ja gut, dann sollte das erstmal reichen. Ich geh jetzt gleich erstmal eben angeln. Pass auf, die Mikrochips, die können auch erstmal irgendwo wieder hier mit rein. Ich muss diesen Schleim, ich muss diesen Schleim, ne. So, das kann hier raus. Das schmeiß ich mal da mit rein. Nein. Nein. So, zack, hier. Okay. Plaste und das können wir... Doppelklick. Ah, okay, jetzt hab ich's ja auch verstanden. Hat zwar nur... Wie viele Folgen gedauert? 30? Über 30 Folgen? Ja, ich kann mir schon vorstellen, wie die Leute abgegangen sind. Wie blöd bist du eigentlich? Idiot! Okay, wir müssen halt jetzt erstmal... Dafür sorgen, dass sie hier auch genügend überall Strom immer haben. Genau wie da hier. Ich muss mehr bunte Blümchen anpflanzen. Ja. Pass auf. Schöpfen. Hier brauchen wir mal ein Bohlen. So. Obwohl, ich weiß gar nicht, nehmt ihr das Salzwasser oder was ist los hier? Ne, Süßwasser. Okay, ich war mir nicht mehr sicher. Ich war mir nicht mehr sicher. Äh, Verbrauchsgüter. Einmal mit Süßwasser. Sehr schön. So, dann will ich nochmal das ein oder andere wilde Blümchen anpflanzen. Zack. 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 Pass auf, Speicher. Nein. Äh, dö, 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 dö. Wo haben wir sie? Da, nochmal wilde Blümchen. Zack. Da mach ich's trotzdem mal, ne? Äh, hallo? Zack. Zack. Gut. Dann können die erstmal wieder so weit rein. So. Da. Zack. Dann fülle ich mal hier auf. Drei. Okay, ich müsste noch einmal machen. Okay. Okay. Wir pumpen erstmal ein bisschen, ne? Wir pumpen erstmal. So, zack. Und nochmal pumpen, bis die Hütte voll hier ist. So. Ich glaube, ich muss das wirklich machen mit 15 Minuten. Weil sonst, äh. Ja. Komm ich dann ein bisschen in die Petrouille. Petrouille. Okay, das hätten wir. Dann können wir hier erstmal wieder mitnehmen. Mondknöllchen, Nachtpilze. Und dann wollte ich jetzt mal eben zum Hotel rüber. Wegen Biomasse. Ah. Ich weiß halt nicht, ob ich irgendwas übersehen habe, 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 hatte, habe. Pass auf, ich nehme mal die Biomasse nochmal hier mit. Und dann schaue ich mir das nochmal genau an, ob wir da irgendwo jetzt den, äh. Oder muss ich den ein... Ah, es kann sein, dass ich den verwässern kann, ne? Ja, ich müsste alles mal durchgehen. Ich müsste wirklich alles mal durchgehen. Was fehlt denn hier noch? Achso, ein Moppet. Okay. Habe ich nicht so einen? Ne, ne? Ich glaube, dann hätten wir es schon längst gemacht. Ne, haben wir nicht. Ne, ne, ne. Okay. Oder ich habe ihn jetzt nicht gesehen. Kann auch sein. Warte mal, hier wollte ich nochmal mitnehmen. Und da nehme ich nochmal mit. Genau, und hier wäre der nächste, den wir machen. Aber dafür brauchen wir nochmal so einen... So ein Injektions-Moppet. Ne? Ja, guck mal, hier haben wir auch nochmal einen Bohlen. Okay. Wie viele, das sind vier, ne? Okay. Ich weiß nicht, ob wir drüben noch Platz haben. Wenn ich... Dann nehme ich die einfach mal mit hier. Ne, damit wir das auch ein bisschen aufgeräumter haben. Ne, hier haben wir, glaube ich, gar keinen Platz mehr. Da haben wir auch zehn von zehn. Hier haben wir sehr, sehr viel Holz, muss ich sagen. Hier haben wir sehr, sehr viel Holz. Okay, wir bauen da auch nie. Oder haben da noch nie was gebaut. Okay. Dann so ziehe ich jetzt nochmal eben ein. La. So. Und haben wir hier noch irgendwo was? Da haben wir nochmal das hier. Dann haben wir noch ein bisschen Salat. Den können wir hier rüber transferieren. Zack. Salat haben wir genug. Okay. Oder was heißt genug? Salat haben wir jetzt erstmal voll. Zack. Bunte Blume. Ja, nehme ich mal mit. Essen. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Okay. Ich wollte jetzt mal eben schauen. Entweder verbessern. Halten Sie das Rezept, um es herzustellen. Ah, ja, ja. Verbrauchsgüter. Okay, das geht nur so. Aus Biomasse machen wir dann das. Aber wir können es nicht verbessern. Nein. Und wir könnten hier auch nochmal was in Auftrag geben. Metallrohre. Haben wir davon denn welche? Ja. Ja, komm. Produktion starten. Soll er mal herstellen? Der Bub. So, her mit dem Geld. Her mit der Kohle. Ja, her mit der Kohle. Okay, da haben wir es auf jeden Fall nicht. Jetzt schaue ich nochmal hier. Alle Konstruktionen. Kleiner Speicher. Werkbank. Aha, aha, aha. Die mechanische Presse, die haben wir ja, ne? Nee, die haben wir, glaube ich, gar nicht. Nee. Ist das die mechanische Presse? Das kann sein, ne? Nee, die mechanische Presse haben wir gar nicht. Okay. Ich probiere es einfach mal aus, ne? Haben wir hier irgendwo noch Platz? Ich, äh, bin hier out of storage. Pass auf. Ähm. Kann ich eigentlich mit dem... Tatsächlich. Tatsache. Okay, pass auf. Das kann ich nicht transferieren. Schade. So, hier haben wir noch so ein Bohlen-Moppet. Ähm. Eigentlich momentan komplett überflüssig. Ja. So, und das Blech, das schmeißen wir mal hier rein. Ach, damit können wir dann auch... Ach, so. Okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Gut, dann lass uns mal die mechanische Presse mal hier hin. Mal hier einfach mal hier hin, ne? Ja. Nee, warte mal. Warte mal. Ähm. Okay, das kann ich aber nicht noch ein... Okay, das könnte ich so machen. Ja, das sieht natürlich ein bisschen bescheuert aus, ne? Das sieht natürlich ein bisschen blöd hier aus. Schauen wir mal. Ah. Pass auf, ich mach's... Ich mach's so. Transferieren. Und dann mach ich den hier hin. So. Und dann würde ich den halt hier, ne? Dass der so ein bisschen am Rand steht. Mehr oder minder. Oder hier einfach. So. Okay. Was brauchen wir? Plastik, fünfmal Schrott, drei Löt und einmal Dings. Okay. Wir brauchen fünfmal Schrott. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dreimal Lösungsmittel. Nee, warte mal. Und eine Ölkanne. Drei Ölkannen und einmal Lösungsmittel. Okay. Hab ich's jetzt nicht mitgenommen, oder was? Ah, nee, ich hab's erst mal nur aufgeteilt, ne? Ich bin so doof. Okay, zwei Ölkannen brauchen wir noch. Ach, okay. Entschuldigung. Entschuldigung. Äh. So. Eins, zwei. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Nehmen wir die fünf mit. Und einmal Lösungsmittel, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wo hatten wir das jetzt drin gehabt? Die könnten wir theoretisch auch mal hier reinpacken. Hier dreimal Lösungsmittel. Einmal Lösungsmittel. So. Okay, jetzt müsste ich's aber haben, ne? Ja. Okay, sehr schön. Ja, ich muss auch lernen. Ich dachte, der hätte das direkt ins Inventar reingeschmissen. So. Okay. Das ist auf jeden Fall nicht, was ich haben will. Das ist auf jeden Fall nicht das, was ich haben will. Und die steht, glaube ich, auch falsch rum, ne? Ja, die steht falsch rum. Warte mal. Ne, ist die schon so richtig, aber... Wäre die nicht so richtig rum? Ich lass die mal so. So sieht die irgendwie richtig rum aus. Wir können sie auch noch verbessern. Ich denke mal nur, ja, ja, das ist halt nur Bohnen und Dings, ne? Aber wir haben sie ja noch nicht. Nur Metall aus wiederführenden Ressourcen und allgelegende Elektroschot-Deponie. Ich meine, das ist ja nicht schlimm. Das könnten wir ja trotzdem mal machen. Wir brauchen sechsmal Kabel, zweimal Öl und zwei Batterien. Zwei Batterien? Was? Was? Äh, nein. Okay, jetzt will ich es aber wissen hier, ne? Jetzt will ich es aber wissen. So, eins, zwei. Sechsmal Kabel, zweimal Batterie. Sechsmal Kabel. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Zack. Und zweimal Batterie. Die können wir herstellen, hoffentlich. Eins, zwei. Ich glaube, da können wir auch Bleche herstellen. Das ist aber noch nicht das, was es ist, was ich meine, was es ist. Okay. Plexiglas. Okay. Finde ich ganz cool. Ne? Finde ich echt ganz cool. Äh, ich würde mir wünschen, warte mal. Ist sie wirklich so richtig rum? Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass die so richtig rum ist. Ne? Weil die Pfeile zeigen ja immer so, wie es dann, ne? Wie man da eigentlich, glaube ich, dran geht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Äh, so. Wo denn Notlösung? Ja, da könnten wir auch nochmal eben hier. Da brauchen wir Plastik und, ach, Plastik und Biomasse. Ah. Rucksackmodul wäre ich auch nochmal. Ich brauche einen Riesenrucksack. Ich brauche einen Riesenrucksack. Ich brauche einen Riesenrucksack.